Unser Shuttle Service macht eigentlich die Anreise nach Ungarn und zu unserer Praxis relativ einfach. Man kann von Wien oder vom Flughafen aus Bratislava eventuell vom Wiener Bahnhof anfahren und dort wird man auch dann mit dem Shuttle wieder abgeriefert bei Abreise. Unsere Patienten reisen aus mehreren europäischen Ländern an, aus Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, der Schweiz, sogar auch aus England. Unsere Kundenbetreuerinnen sprechen auch all diese Sprachen, Deutsch, Französisch, Italienisch und wir können auch Arabisch. Außer, dass die Praxis mit höchstmoderner Technik, 3D, Computertomographie, höchstmoderne Karo-Behandlungseinheiten ausgerüstet ist, benutzen wir auch internationale Spitzenmarken, die den höchsten Standards entsprechen. Versucht man, das Beste für die Patienten als Lösung zu finden, natürlich mit den seit 30-jährigen Erfahrungen der Zahnklinik hatte man schon mehrere Problemfälle vor Ort und doch konnte man bessere langfristige Lösungen finden, wie sonst woanders angeboten worden. Es werden Ausflüge nach Wien, Bratislava oder sogar hier im Ort, in der Umgebung von unseren Mitarbeitern organisiert. Wir möchten, dass sich unsere Patienten nicht nur wohlfühlen, sondern aus einer erfolgreichen Zahnbehandlung auch die ungarische Gastfreundschaft kennenlernen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017